Gute Ernst! Und willkommen zu Super Mario Maker! Was zur Hölle? Wartungsarbeiten? Ja genau! Ich nehm den Scheiß nur einmal die Woche auf und genau heute Wartungsarbeiten! Ist das dein fucking Ernst? Ja genau! Die größte Dreckskrotze funktioniert natürlich ja! Die 10 Mario Herausforderungen, die 10 Bullshit Level von Nintendo! Das funktioniert natürlich ja! Fuck! Ach komm schon! Nein! Wow! Was ist das für ein wunderschönes Level? Wow! Dieses Game Design und diese Hindernisse! Hoffentlich sterbe ich nicht! Oh nein! Ich bin gestorben! Es ist so ein schweres Level! Wer hat das nur gebaut? Ich versuch's einfach nochmal! Oh! Hier gab es einen unsichtbaren Checkpoint! Ich bin wieder einfach an der selben Stelle aufgetaucht! Was zur Hölle ist das denn? Das sieht mir ja sehr kurios aus! Ich hoffe, dass... Oh! Mein Gott! Oh! Oh! Da ist ja doch schon das Ende! Wow! Dieses Level ist das beste, was ich jemals gespielt habe! Ich möchte gerne diesem Level so viele Siegel geben, wie ich nur könnte! Weil es ist das einzige User Level, was ich jetzt spielen kann! Weil es ja keine anderen gibt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Fuck! Ganz erst in Peach wurde entführt! Level 1! Oh! Sternenspurt! Das ist der erste von 10 Marios! Ich hoffe, wir schaffen das! Das könnte ganz schön anstrengend sein! Oh! Ich bin unsterblich! Oh! Oh! Dieses Game Design! Dieses Level Design! Oh! Nintendo! Es ist so schön, dass du sowas gebaut hast für uns! Das ist so toll! Ich... Das ist das beste Level, was ich je gespielt habe! Nintendo! Nintendo! Du bist der beste Publisher der Welt! Nintendo! Ich möchte dich heiraten! Nintendo! 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 Und das ist der erste Level! Ich hoffe, das zweite wird genau das wieder neu! so toll oder am besten sogar besser das level heißt wo ist die blume das ist voll das spannende suchabenteuer kann die blume hier sein kann sie vielleicht hier sein oder hier kann die blume vielleicht auch hier sein oder wo könnte die blume sein ich kann es nicht glauben wo die blume sein kann ist sie vielleicht hier oder hier ich weiß es tatsächlich nicht aber sie könnte auch in den boxen versteckt sein online da war keine blume ist die blume vielleicht hier oder hier nein jetzt bin ich tot dieses level nintendo das ist so schwer ich weiß nicht ob ich das schaffe weil ich die blume nicht finden nintendo und jetzt habe ich mich angesabbert danke nintendo was erwartet uns jetzt das dritte level 1 luft galerie remix was ist denn remix remix hat sich ziemlich stilvoll und originell an wollte da etwa nintendo die jungen generation ansprechen mit ihren äußerst coolen sicken meme sprüchen das werden wir jetzt herausfinden diese münzen das ist der pure remix chaos ich hoffe ich kriege noch mehr münzen mit diesen münzen könnte ich mir vielleicht etwas schönes kaufen wie zum beispiel einen funktionierenden server wo ich wieder user level spielen könnte bollte Oh, Junge.